Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ohne Licht können wir viel besser sehen und unbemerkt die dunklen Wege gehen. Sie schnitt sich seit sie zwölf ist, nie mehr die Haare ab. Nein, es gibt auch ganz andere Arten von Glück. Zum Beispiel ist auch ein großes Glück, wenn jemand, den man sehr gerne hat, wie zum Beispiel den Mo oder auch jemand anderen, wenn der ganz weit weg ist. Das geht noch weiter jetzt.